Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Satisfactory mit Lübi zusammen direkt erstmal. Ja hallo meine Lieben, wir werden uns jetzt hier. Erzähl. Fängt gut an. Wir wollten uns hier mal ein bisschen austummeln. Ja, wir wollten mal gucken, was wir hier so, ob wir einen Planeten plündern können. Genau. Also wir sind blutige Anfänger sozusagen. Also Lübi ist blutiger als ich auf jeden Fall. Ich habe zwar schon mal ein paar YouTube Videos gesehen, aber ja. Mal sehen, wie gut wir uns hier anstellen. Ja, wird lustig auf jeden Fall, denke ich mir mal. Zumal Lübi jetzt alles machen muss und ich kann nämlich nichts aufsammeln. Ich habe das Problem hier, wie ihr seht, ich kann nichts sammeln. Ja, ich finde das jetzt auch voll schein. Ich weiß nicht warum. Ich möchte das sammeln. Ich möchte Biomasse machen. Dann muss unser Lübi das machen. Toilet es mir tut. Ja, dann muss ich den Strommeister machen. Genau. Und wir haben jetzt auch direkt von Anfang an gestartet. Also alles komplett neu von Anfang an. Damit auch ihr einen Einblick habt. Die ersten Basen, die wir gebaut haben, die waren ein wenig unvorbereitet, sagen wir. Ja, nicht gut koordiniert. Ja, so kann man es auch nicht. So, ich habe mal ein Upgrade gestartet. Das ist sehr liebensgewürzig. Ja, ne? So, ich kann nichts produzieren. Das auch nicht, oder was? Warte mal, das ging ja hier. Das ging ja hier. Warte mal, ich habe mich vertragen. Jetzt hör mal auf hier, ne? Doch, ich kann schon nicht hier als Lehrling nicht anfangen. So, also die Stangen sind fast fertig. Genau, jetzt. Und dann graden wir ab. Das ist sehr schön. Damit die Leute auch mal ein Einblick in die schöne... Ich warte, bis die EFAR was zu sagen hat. So, ist sie fertig? Ja, gut. Ich wollte nur mal zeigen hier die schöne Aussicht, die wir hier haben. Und da oben in den Wochen. Ja. So, aber du bist da. Sieht wirklich nice aus. Ja, ne? Kann man hier hoch? Wir haben uns bestimmt auch gleich die leichteste Map für den Anfang ausgesucht. Das ist immer sehr gut. Ja, ich glaube nicht, dass wir die leichteste Map haben. Ich weiß gar nicht, welche du genommen hast. Die ganz links oder die zweite? Ja, gute Frage. Nächste. Ich habe eine mit grün genommen, wie du siehst. Ja, das stimmt. Wir werden es sehen. Guck mal hier, das habe ich ja noch nie gesehen hier. Das Schild. Hast du das schon mal gesehen? Ne, pass auf. Nicht, dass du stolperst. Ja, ne? Wie packt man die Bären hier rein, ne? Ins Lager. Bären. Bären. Komm, soll ich das nächste? Komm, ich mache das nächste Upgrade. Ja, mach gleich das nächste. Mach fertig. Das Hub upgrade. Und gerade. Und... Also, du müsstest erst die Sachen sammeln. Stimmt. Äh, wir brauchen Eisenstangen und Eisenplatz hinten. Da kann ich da nicht dran. Ach, du bist das. Du hast nicht bei den Knubbel hier weggemacht. Welchen Knubbel? Hier, den Knubbel hier, den dicken. Der ist ja nichts übersehen. So, weggegangen. Stört da. Ja, äh, du momentus por favor, ich schmeiß dir hier mal was hin. Da. Nimm das. Nimm das. Ne, das muss auch rausfallen. Ach, da. So, und wir upgraden wieder. Tilly. Tilly. Hab hier jetzt so lange drauf rum. Wissen. Den komischen Scanner. Im K.O. Oder was auch immer. Bauen. Können wir noch bauen. Die sind die found in the build menu and craft bench respektably. Haben wir schon? Ja, ich brauche nur noch 5 Eisenplatten. Hast du zufällig schon? Ne, warte, 5. Ne, gibt gar keine Eisenplatten. Aber gleich, die gehen ja schnell. Wieso kann ich die denn? Achso. 5 brauchen wir. So, dann baue ich mal. Natürlich aus dem Weg gehen. So, wie viel kostet der? Auch ein paar Platten. Das ist nicht so schnell. Mach mal ein paar Rohre und Platten. Ein paar Rohre und Platten. Ja, Chef. Kann es übrigens mit B das Licht anmachen. Oh. Das habe ich auf YouTube gelernt. Vom lieben her, Wautscher. So, was brauchst du denn? Vom wie viel, wie viel? Ich brauche noch 2 Stangen und 5 Platten. Sind in der Arbeit. Oder mach einfach mal mehr. Dann können wir vielleicht noch mal gucken, wo hier andere Ärzte sind. Bin ja schon. Bin ja schon dabei, dem Wissen mehr zu machen. So. Och, ich drücke immer das Falsche hier. Ich schmeiße jetzt hier wieder hin. Juhu. Juhu. Dann haue ich mal 2 durch. Oder 3. So. Wo bist du? Soll ich das machen? Oder willst du? Komm, einen machst du. Bitte schön. Hier. Genau. Damit das auch die Zuschauer sehen, wie man das macht. Da steht er. Ich wollte mal was ausprobieren. Linke Maustaste gedrückt und schwupps, da ist er. Jawohl. Ich wollte noch was ausprobieren. So einmal in die Tasche ziehen. Und zwar, wenn ich den jetzt hier hin schmeiße, ob der das sucht. Nee, kannst du gar nicht hin schmeißen. Läuft er los? Nö, der haut direkt runter. Okay, alles klar. Ich habe gedacht, der sucht seinen Platz. Das kann ja. Das ist aber nicht schön mächtig, ne? Okay, dann mache ich das eben anders. So. So, wie ihr es schon merkt, liebe ich es unser schönen Bauer. Ja, schön, ne? Und ich bin eher der Bauer. Ich baue einfach nur. Ja, Herr Gott, alles in Ordnung. Oh, war voll leckert. Ich wollte mal hinten mal eben gucken. Guck mal, hier hinten ist... Was ist denn da anderes? Ich habe den Namen vergessen. Rohquartz? Kenne ich ja gar nicht. Hm. Ich drücke die Rente, das Falsche. Es ist der weg. Und ich habe Kalkstein gefunden. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach was anderem. Ich brauche hier erstmal die blöde Rohre und hab's nicht gesehen. Ich brauche hier erstmal die blöde Rohre und hab's nicht gesehen. Ich brauche hier was zeigen, was ich gerade rausgefunden habe, aus Versehen. Und ich komme. Voll lustig. Wo bist du? Ach da. Achtung, guck mal. Und der denn? Das ist der da, Alter. Ach so, dieses... Ja. Wie macht's dir das nochmal? Mit C drücken. Gedrückt halten. C gedrückt halten. Ach so, C gedrückt halten. Yeah. 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 Wie das aussieht, total harmer, ey. Yeah. Du kannst dir scheiße bauen, das ist echt total lustig. So, jetzt wollen wir mal wieder ernst machen, ne? Ich muss mal die nächste Hub-Update-Upgrade starten. Guck mal, wir haben hier ein Ausrufezeichen. Ach, ich kann Strom machen hier. Guck mal, Strom ist fertig. Strom ist fertig? Ja, wir haben ein Strom-Moped. Strom-Moped. Das sieht aus, hier, guck mal, in unserer leeren Hütte, hier ist ein Busch drin. Mach den mal weg. Ja, uno momentus. So, Weilstein. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Eisenerz dann demnächst hier für den blöden Draht. Eisenerz, meins Kupfererz. Ich meine Kupfer. Kann man schon sondieren? Ja, gut. Scannen, meine ich. Ah, da müsst ihr direkt bei uns in der Nähe sein. 120 Meter entfernt. Ich geh mal schon mal gucken. Welche Richtung geht er denn in? Wir wollen das ja mal hübsch machen, ne? Nee. Das ist hübsch, glaube ich, nicht so ganz angesagt. Weiß, wie oft ich umgebaut hab. Das war meine Füße. Sieh das auch schon auf mich zukommen. Ich hab grad das gehört. Äh, so. Boah, halt, hab mich erschreckt, ey. Jetzt hab ich mein... Mein Dings hier ausgepackt, ja. Watt hat du? Wegen der blöden Vieh hab ich mein Xeno-Zapper weggepackt. Komplett aus der Tasche raus, ey. Voll erschrocken. Ist da noch einer? Da hat er gedacht, schon wieder einen Schock nehmen. Erstmal einen Kaffee auf den Schock. Ja. So, portabler Miner ist gesetzt. Füße. Ja, ne? Und die Sonne. Die Sonne kommt hinter den Bergen hervor. Kann dir hier vorn ja was hin... Ja, jetzt mach ich erstmal den Busch weg, damit der Liebe her glücklich ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Wo sind wir eigentlich? Mach da hin. Da, wo ich stehe. Ja, ich bin grad eingefallen. Das sieht man ja ein Segen auf der Karte. So, ich schmeiß dich nie mal wieder was hin. Wieso, Mia? Mach doch selber. Wollte, dass du jetzt hängst. Ab da. Spackteip in der Wand drin. Hab dir da so ein paar Eisenplatten und ein paar Rohre hingeschmissen. Jo. Ich muss erstmal hier Kupfer warren. Und wie viel braucht? 20 Stück. Gucken, ob das geht. Sieht gut aus. Also, liebe Zuschauer, wir sind... Habt ein bisschen erbarmen mit uns. Wir sind doch recht frisch hinter den Ohren. Vielleicht machen wir das auch zu schnell. Zu schnell. Boah. Hab ich voll erschrocken. Hat sich was getan? Ich voll verschrocken. Ja, ne? Einmal ist die Werkbank auf der anderen Seite. Kann ja auch nicht wahr sein. Verwenden Sie Strommastung, um das Stromnetz zu erweitern. Um mehrere Gebäude an das gleiche Stromnetz anzuschließen. Gebäude wie der Konstruktor erfordern ein eingestelltes Rezept und Energie. Ich hab noch nie mit Rezepten gearbeitet. Nein, Quatsch. Äh, vierte, äh, Upgrade, Upgrade Nummer vier. Guck mal, Förderbänder. Förderbänder. Sehr schön. Dafür brauchen wir. Äh, wir haben noch, wir haben noch keinen... Ah, verdammt, ich hab' falsch gemacht. Toll. Ähm, Kalkstein. Wusstest du, dass man, äh, scannen kann? Ja. Gut. Ach, guck mal, direkt hier unten. Hör mal. Ja, das ist schön. Das ist perfekt. Haben wir voll übersehen. Ich brauche auch einen Miner. Wir wollen ja alles erstmal schön auf die Ecke quetschen mit Glück. Ja, das erste kommt alles hier erstmal auf eine Plattform, oder? So direkt nebeneinander oder so. Ja. Zumindest versuchen wir unser Glück. Ja. Und dann bauen wir irgendwann, äh, mal richtig. Ja, so in der 200. Folge sind wir dann soweit. Ja. So, wo bist du, du Kackvieh? Erschreckt mich nicht wieder so. Wo ist denn? Ich hab'n doch grad noch grummeln hören. Und bin ich froh, wenn man hier nicht mehr auf Herstellen drücken muss. Das dauert ja ewig, bis man die ganze Karate durchgegrattert hat. Ja, ja. Ey, die KI ist voll intelligent, ne? Okay. Die ist den Berg hochgelaufen, um zu uns zu kommen. Au, du blödes Arsch. Au. Arschloch. Ich glaub, hier dein Moped, jo. Nein. Ich geh immer die ganze Zeit in den Baum-Modus anstatt in den Charakter-Modus hier. Ja, ich verdrück mich hier auch noch zum Krieg mal, also. Ja. Oh, ich muss mal was essen. So, Abbau-Bau beginnt. Ich möchte auch was aufheben können. Biomasse. Ja, ich baue hier grad die blöde Platten und alles schon mal. Gut. Auch ein paar Schrauben kann man ja auch schon mal. Geht gar nicht. Da fehlt mir noch was. So, jetzt. Ich war ja auch noch schon mal ein paar Schrauben vor. Äh, können wir noch nicht. Ich hol mal Kupfer für dich. Der wird der Meister was zu schaffen hat. Müsste ja langsam voll sein. Was du zu schaffen hast? Ja. Ich darf zugucken. Ich kann ja nicht Biomasse abbauen hier. Ich. Ich kann ja nichts machen hier, außer das. So. Bin mal gespannt, ob da ein Fix kommt noch in nächster Zeit. Weil das ist ja schon ein bisschen länger so, das Problem. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier fleißig am Bauern. Gucken Sie mal. Ich schmeiß hier mal was raus. Das Kupfer-Erz. Warum denkst du mir? Weil du hier anbauen ist. Soll ich hier mit dem Kupfer? So, ich guck mal, ob hier, äh. Ich schmeiß mal was in die Kisten rein hier. Damit das sich nicht alles bei mir stapelt hier. Volle Taschen? So, das schon mal? Damit das hier nicht alles... Nicht irgendein Ohrschlick ist. So. So. Geh weg. Ich wollte Beton haben. Ich war auch Beton. Was stand zum Weg? So, jetzt sag's wieder. Für dich. Hast du schon eingepackt? Nö, da hat er nichts gemacht. So, was haben wir noch? Alles muss man hier selber machen. Ja, du bist heute fürs Bauen zuständig. Ich bin jetzt schon. Damit es lustig wird. Lehrlinge sind heute echt schwer zu finden. Irgendwas grunzt mich hier wieder an. Grunzt zurück. Ich wüsste, wo der ist. Das ist voll schön hier. Der schöne Rochen da oben. Da hinten ist ein zweiter Planet. Ja. Das ist der schöne, da wollen wir da hin. Ich habe ja gehört, es gibt irgendwo eine Map zu sehen. Ich weiß aber nicht wo. Auf jeden Fall kann ich ein schönes Foto machen. Warte mal. Wie bei der Arbeit. Warte mal, wie geht das? So. UI umschalten. Super. Könnte ich irgendwie mein Ding wegmachen. Warte mal. Mein Ding wegmachen. Das hatte ich ja pervers angehört. Ich wollte gerade sagen, mach doch einfach F12. Aber das wird hier wohl nicht gehen. Doch, das geht auch. Aber du hast hier einen Foto-Modus. Das ist geil. Ne, hat Upgrade. Hat was drin. Wieso geht das? Mal versuchen. So, jetzt brauchen wir erstmal. Da haben wir doch. Ach nee, wir müssen erstmal Drahtrollen herstellen. Oh, hier ist ja nochmal so ein Roh-Quartz. Mal schauen, ob wir das nutzen können, ne? Dann stellen wir Kabels her. Grund ist schon wieder irgendwas. Was gründlich der Nähe das mal an. Ah, hier. Irgendwas rennt. Ach, da ist er. So. Fertig gemacht, die Sau. Fertig gemacht, gesau. Und dann brauchen wir noch Platten. Guck, die Platten sind doch bestimmt die ganze Zeit hier drin. Ach nee, wir brauchen noch ein paar mehr. Oh, hier ist ja noch mehr Eisen. So, und mehr und noch mehr von diesem Schweinchen. Ich nehme jetzt einfach mal Schweinchen. Ich weiß nicht, was ist das eigentlich? Boah, ein Schweinchen. Wir brauchen immer noch 75 Stück. Hier unten ist normales Eisenerz. Also kein verunreinigtes? Ja. Kein verunreinigtes. Normales Eisenerz. Das heißt, da müssten wir mehr rauskriegen. 60 ungefähr. Glaube ich. Schätze ich jetzt einfach mal, ne? Das andere ist ja unreiner. Da kriegen wir ja 30 raus. Da sollten wir vielleicht den richtigen, die den Hauptbohrer hier unten hinpflanzen. Was? Ah, der rochen, wenn der mal losbrüllt, ey. So. Warte, ich bin noch gar nicht da. Entschuldigung. Mach gängig. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben hier Gebäude erfolgt. Advice. Wenn planen die Konstruktion der Gebäude, note die Placement der Beine. Oh nein, geh weg mit der Abriss. Alles gemacht. Oh, guck mal, hier können wir jetzt Lagercontainer und die Miners bauen. Endlich. Ja, das Wort auf Zeit. Ja, ne? Nein. Warum will er jetzt echt da unten bauen? Wir haben hier oben aber auch noch das Unreine. Das sollten wir aufbauen. Ach, da wirst du das zuerst bauen, das Abbau, das, aber das, das hat ja keine, äh, keine maximal, wie viel das drin ist oder sowas, weißt du? Das versiegt ja nicht, glaube ich. Okay. Von daher würde ich das erst unten bauen, ne? Ja, hier oben soll ja so hauptsächlich mal so die Plattformen hin, ne? Hier so, dass sich hier alles sammelt. Damit bin ich immer kilometerweit am Anfang reiten, brennen müssen. Meist du so die Container? So alles so Container und ja so, alles was sich so sammelt. Ja, ich würde echt auch die Container hier hinbauen, sodass man, äh, dass man hier oben nur die Lager hat. Und wenn wir was brauchen, das hier rauskrabbeln können. Da ja hier oben auch unser Hupp ist, ist das eine ganz gute Idee. Wow. Gehen da nicht so rum. So. Das war ein Stück ins Bett gegen mein Kind. Ja, muss ich echt mal machen, ne? Sind wir gestern voll hängen geblieben. Oh, da hinten, guck mal, das ist eine Schnecke. Ich gehe die Schnecke mal holen, ne? Süße Schnecke. Ich gehe mal die Schnecke. Gehe mal die Schnecke holen. Au, ich habe Schaden genommen. Das ist auch Schnecke, aber da ist irgendwas ekliges. Irgendwas ekliges. Ich sammle schon mal ordentlich, ordentlich Sprit hier. Ja, mach mal, Bio-Mustle. Was brauchen wir denn jetzt für die Miner oder ihr überhaupt? Ja, gucken. Ja, ich mache Lucky Lucky. Lucky Lucky for Freedom. Ich habe auch schon das Beton hingebaut. Beton. So, dann, ja, was haben wir denn noch alles in den Taschen hier mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie lange die das brauchen, um das zu fixen mit den Sammeln. Ich hoffe nicht so lange. Dafür brauchen wir wieder... Ich habe noch was gefunden. Achtung, ich labere jetzt wieder. Gut. Oh, oh, Lübi ist wieder leise. Das heißt, er ist wieder am Rumbauen. Nein, ich kann ja... Ich rede ja schon wieder lauter. Oh. Nein, ich meine, du bist wieder ruhig. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass du am Basteln bist. Oder am Aushacken bist, sage ich mal so. Schon wieder nur am Blödsinn machen, der Bang. Na, echt. Wir brauchen noch eine zweite Werkbank. Ich brauche mal eine zweite. Damit ich auch schaffen darf. Kann man die oben drauf bauen? Natürlich nicht. Sie ist gut. Wenn ich auch was machen darf. Das ist sehr schön. Ja, ne? Ich mache das, was wir am wenigsten brauchen. So willst du gleich den Knopf drücken, nicht, dass du wieder meckerst? Ne, du kannst drücken. Ich habe alles im Blickfeld. So, ja, ich drücke dann. Mach das. Eins. Feuer frei. Das war wohl unspektakulär. Biomassebrenner in Siegen. Jetzt reißen wir die Hütte ab, hier. Ja. Wir haben noch Hub-Upgrade Nummer 6. Soll ich da schon... Wo haben wir denn Cement? Wo haben wir denn Cement? Hier habe ich... Warte, hier. Was gibt's Cement, Herr? Hinter dir. Hinter mir? Hier. Oh, zeig mir den Weg. Kommen Sie mit, mein Junge. Da, ohne. Oh, wo bist du? Wo bin ich? Da, hier. Wieso bin ich denn nicht schon hier? Alles nehmen. Alles, alles, alles meins. Geh auch wieder hoch. Ja. Du solltest du kommen. Ich muss ja irgendwas gucken, wo das... Was das Kupfer sagt. Ob das auch so ein unreines ist, oder ob das ein reines ist, oder irgendwas. Nicht hochkommt da. Einmal scannen. Das ist normal, ist das sehr schön. So, ich hab den Meinern mal wieder aufgehoben. Ich geh auch mit Beton. Ja. So. Wir brauchen... Das habe ich gar nicht... Hast du gar nicht gestartet, oder... ich habe noch beton in der tasche du hast das nicht aufgehoben wollte haben ich habe schon mal den nächsten meiner ausgewählt den nächsten abgeholt was brauche ich denn dafür jetzt und wir haben die erste folge schon vorbei sehe ich gerade halbe stunde für eine folge ist okay oder so dann würde ich sagen wir verabschieden uns wenn meister lübe sich mal kurz vor der werkbank trennen kann ja sofort so da bin ich dann würden wir sagen wir sehen uns bei der nächsten folge bis dahin was mich jetzt ausgelacht